Moin und herzlich willkommen zur 764. Rohstoff-Tagesausgabe der Formation Slater für Dienstag, dem 20. Mai 2014 und der Blick auf die Rohstoff-Liste. Nein, nichts los auf der Bounty. Der Natural Gas macht plus 1,4% und ansonsten haben wir eine Range zwischen plus 0,5 und minus 0,36%. Silber und Gold spielen wieder das beliebte Spiel. Wer schafft die 0%-Marke aktuell? Silber mit plus minus 0% und Gold mit minus 0,03%. Und weil heute nicht so richtig viel los ist, bei den Rohstoffen geht die Analyse auch recht schnell und deswegen kann ich auch die Zeit nutzen, um Ihnen unser Tippspiel zu präsentieren. WM-Tippspiel wird stattfinden, genauso wie bei der Europameisterschaft haben wir auch diesmal ein WM-Tippspiel für Sie. Ich hatte Ihnen gesagt, dass es toll wäre, wenn wir diesmal einen Sponsor finden würden und die Kollegen vom Ziemann Valor, Edelmetallhandel, haben sich freundlicherweise bereit erklärt und sponsern die Preise. Und deswegen lohnt es sich umso mehr. Es lohnt sich ja schon allein des Mitspielen Willens. Aber es gibt auch tolle Preise von plus 1 bis 20 gibt es hier tolle Preise. Und der erste Preis ist eine halbe Unse, Krügerrand. Und zwar mit einem aktuellen Preis von über 500 Euro. Also mitmachen lohnt sich. Den Link finden Sie auf YouTube, auf unserer Blogseite oder wo Sie sich sonst diese Ausgabe anschauen. Sind Sie herzlich angeladen beim WM-Tippspiel von Ziemann Valor mitzumachen. Würde ich mich sehr freuen. Ich bin gespannt, wer denn so alle sich anmelden wird. Und denken Sie daran, eine Sache. Bonus. Es gibt eine Tipp-Übersicht und es gibt eine Bonus-Übersicht. Vergessen Sie nicht hier die Bonus-Fragen zu beantworten. Da gibt es ordentlich Punkte. Ansonsten sind Sie am letzten Tag, nämlich im Finale ganz vorne und dann kommen die Bonus-Punkte und dann sind Sie hinten dran. Also sind Sie herzlich eingeladen, da mitzumachen. Das ist deutlich spannender als das, was gerade Gold macht, bis der Ausbruch kommt. Denn wir haben hier ein gleichschenkliches Dreieck über den 4-Stunden-Zart. Das hatte ich Ihnen auch gezeigt gehabt. Und was machen wir heute? Wir laufen, 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 laufen. Zack, berühren hier die obere Trendlinie dieses gleichschenklichen Dreiecks und zack, kommen wieder zurück. Das Ganze spielt sich ab zwischen der 12,89 und oberer Begrenzung im Bereich von 13,04 per 4-Stunden-Schlusskurs. Denken Sie daran, Dreiecksformationen sind manchmal gemein. Die neigen dazu, in die eine Richtung das auszubrechen, dann in die andere Richtung zu laufen oder nach oben auszubrechen und nach unten wegzulaufen. Muss nicht so sein. Kann so sein. Warum ist das so? Weil der Markt versucht, aus einem trendlosen Verhalten einen Trend zu bilden. Und dann kann es nämlich sein, dass er zum Beispiel, ich sage Ihnen nicht, dass das passiert, dass er zum Beispiel nach oben ausbricht, in Richtung 13,20 läuft, dort scheitert und dann macht das Ding zackertum und läuft nach unten runter. Oder der kann auch hier nach unten wegbrechen und solange er nicht hier diesen Schatten aus dem Weg geräumt hat, im Bereich von 12,68, diese Doppelunterstützung, so im Bereich von 12,60 aus dem Weg geräumt hat, bedeutet es nicht zwangsläufig, dass wir nach unten dann auf dem Weg sind. Jetzt habe ich es. Nach unten auf dem Weg sind, hier die 12,20, 12,100 zu machen. Dafür müssen wir wirklich diese Schatten aus dem Weg nehmen, die 12,60 aus dem Weg nehmen. Nach oben ist es ganz wichtig, dass wir es schaffen, über die 13,25 zu kommen, dann haben wir nämlich Potenzial, in Richtung 13,60 zu laufen. Das Dreieck hat also untergeordnetes Potenzial und diese genannten Marken sind noch wichtiger. Bedeutet, wenn das Dreieck bullish aufgelöst wird, ja, kann man in den Markt reingehen, da muss man hier ein Take Profit nehmen zum Beispiel und da muss man gucken, ob der weiterläuft oder nicht. Wenn Sie es nach unten traden, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass 12,60 eine große, große Unterstützung ist und erst, wenn das aus dem Weg geräumt worden ist, hat der Potenzial eine Fortsetzung nach unten zu machen. Also, nichts Neues bei Gold und deswegen können wir es relativ kurz machen. Wenn wir auf Silber schauen, Silber ist im Tagesschatten in einer bullischen Keilformation. Was mehr Bullisch ist, als es es bärisch ist. Sie sehen, wie diese Trendlinien zusammenlaufen, bedeutet aber nicht, dass der sofort hier nach oben ausbrechen wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine bullische Bewegung ist größer, kann aber auch das Ganze bärisch auflösen. Denken Sie dran, warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Als wir hier waren, ich bin jetzt zu faul, um das Ihnen einzuzeichnen, erkennen Sie, dass das hier eine bullische Keilformation war? Das war im April 2013, da haben wir eine bullische Keilformation gebildet und wenn im Bereich von wichtigen, eminenten Unterstützungszonen sich eine bullische Trendumkehr bildet und sie bärisch aufgelöst wird, dann macht es so richtig böse Zakatum. Also, gucken Sie sich jetzt nicht diese Formation an und sagen sich, na klar, das Ding geht euch auf jeden Fall bullisch raus. Was dafür spricht, wiederhole ich mich, Volumen hier, hier und hier und auch hier spricht mehr für die Bullen. Auch hier in dieser Unterstützungszone hatten wir sehr viel Volumen, aber wenn das Ding hier unten wegbricht und wenn diese bullische Keilformation bärisch aufgelöst werden sollte, haben die Bären absolut die Oberhand und die Bullen haben ein echtes Problem. Jetzt, kurzfristig muss man sagen, ist wichtig, dieser Shuttle im Bereich von 1877. Also, kann sein, dass der direkt hier durchgeht, dann hat der Potenzial 20 Dollar Marke und dann in Richtung der 200-Tage-Linie zu laufen, 2090, große, große Widerstandszone. Ich habe die Trendlinie jetzt rausgenommen gehabt, werden wir wieder mit reinpacken. Das ist eine ganz große Widerstandszone, die wir hier in diesem Bereich haben und wenn er das Ganze bärisch auflösen sollte, das hatten wir schon miteinander besprochen gehabt, wichtig, untergeordnet sind diese Zonen. Per Tagesschlusskurs 19 Dollar Marke, obere Begrenzung 20 Dollar Marke. Denken Sie daran, diese Woche ist FOMC-Protokoll, Frau Jelen spricht wieder und das kann natürlich dafür sorgen, dass der Markt in die eine oder andere Richtung läuft, ohne dass es bedeutet, dass es auch die nächsten Tage das machen muss. Soll ich Ihnen das nochmal zeigen? Ja, ich glaube, ich zeige Ihnen das noch einmal. Bei Gold hat man das besonders gut gesehen. Moment, Gold. Einmal zeige ich Ihnen das noch. Hier, wir machen kein Tapering, kommt hier, alle, ja super, die nächsten Tage, bam, abverkauft worden. Hier wird Tapering angekündigt, hier, hier war es glaube ich, genau. Und dann geht der Markt drei Tage lang nach unten, kommt im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone und läuft wieder nach oben. Es ist nicht die Nachricht, sondern es müssen wichtige Widerstands- und Unterstützungszonen aus dem Weg geräumt worden sein. Und dann haben wir Potenzial, irgendetwas auf der einen oder anderen Seite zu machen. Bleibt mir also am Ende Ihnen nur nochmal zu sagen, unser WM-Tippspiel wird starten. Sind Sie herzlich eingeladen, mitzumachen, ob Sie es glauben oder nicht. Der Erste, der sich angemeldet hat, war Mario Gomez. Und ich glaube nicht, dass das nur ein Pippername ist. Ich glaube, das ist Mario Gomez himself. Man hat sich gedacht, wenn ich schon nicht nach, wo ist die WM? Nach Brasilien fahren kann, fast habe ich Südafrika gesagt. Wenn ich schon nicht nach Brasilien mitfahren kann, dann will ich wenigstens beim Tippspiel dabei sein. Dann seien Sie dabei, sind Sie herzlich eingeladen. Wenn Sie eine Position im Markt haben, denken Sie daran, Sie müssen immer eine Positionsgröße sich aussuchen, die Ihnen nicht so wehtut, dass wenn es gegen Sie läuft, dass Sie substanzielle Verluste haben. Und dann ist es auch viel leichter, mit einem Stop-Loss zu arbeiten. Denn wenn Sie keinen Stop-Loss haben, Sie haben eine große Position, der Markt fängt an gegen Sie zu laufen, dann haben Sie einfach so eine unglaublich große rote Zahl. Und dann fällt es einem so wahnsinnig schwer, diese Position glatt zu stellen, weil man ja so große Verluste macht. Das darf erst gar nicht aufkommen. Achten Sie auf Ihre Positionsgröße und traden Sie bitte, wann immer Sie traden, mit einem Stop-Loss. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Selbstverständlich, wenn Sie mögen, sind wir morgen Vormittag wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Das macht Silvio. Von mir gibt es dann eine Ausgabe zu Day- und Swing-Trading-Setups. Und morgen Abend schauen wir wieder auf die Rohstoffe. Und ich hoffe, dass es dann mehr zu sagen gibt, als dass wir immer noch in dieser Dreiecksformation sind. Sie bleiben hoffentlich alle, 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 alle gesund. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamedesnashari alias Wolke P.